Running Man? Oder Runner Man? Was für eine Challenge wollten wir jetzt machen? Ja, okay. Angel Challenge. Dann lass doch lieber... Lass mal hier oder so landen. Hier sind alles voller Gegner. Und ich lande hier. Mit Granaten, mit Heilung und... Den Rest, den wir angeln, halt. You make my pay, I'm rocking on night. Dance Monkey, Dance Monkey, oh oh. Never sign, I'm fine. Was passiert, wenn man eine Granate ins Wasser schmeißt? Hast du das schon mal ausprobiert? Dann kommen da alles Fische. Ja, da kommen 30, 40 Fische denn. Nicht nur kleine, da kommen häufig Schleppfische. Wenn du Granaten findest, sag mal Bescheid. Du darfst das aber... Du musst das da hinschreiben, wo die Quellen sind, ne? Hat's bei dir geklappt? Das klappt... Das klappt nicht immer, ne? So, ja, trotzdem, das klappt nicht immer. Ich hab' ein Sniper. Ja, komm, sowas kann man sich ehrlich sparen, ne? Ich fahr' jetzt... Ich rück' den durch. Ich komm' gleich wieder. Ich rück' den durch. Hallo? Ich muss gleich essen. Und zwar... Oder ich kann essen gehen. In zwei Minuten. Ich weiß nicht, ich bin nur mit meinem Bruder, also. Ne. Ich hab' einen Schlürfisch. Ja. Darfst du nehmen. Ich hab' noch'n Schlürfisch. Juhi. Ich nehm' lieber kleine Fische anstatt, äh, Verbände. Äh, ein bisschen. Ja. Schneid mal auf uns. Nee, lass' weg. Wir suchen nach guten Fischquellen. Hier ist einer. Dann geh' du einfach zu anderen. Ja, ich hab' zwei Schlürfische. Digga' zwei Schlürfische sind aber schon geil. Ich hab' drei kleine... Hast du kleine Fische? Ja, ich guck' mal gleich. Wenn wir noch ne Flosse in den pack' ich meine weg. Hier sind keine guten Quellen. Achso. Hier ist noch ne gute Quelle. Ja, ich hab' ja noch keine Flosse. Wie du einfach rausziehst. Ja, ich nehm' Flossen mit. Ich hab' drei Schlürfische. Perfekt. Trink' du denn? Ah, du hast jetzt einen Schlürfisch reused, ne? Ja, den wollte ich ja holen, die hier. Ich angele hier einfach ein bisschen weiter. Oder wir fahren da hin und holen uns da gute Sachen ab. Oder nee, folg' mir mal. So, ich fahr' sonst? Hm, wodurch müssen wir? Wir müssen durch den Kanal, okay. Vielleicht ist hier noch ne gute Quelle gleich. Ich glaub' ich hab' grad' meine Aufnahme wendet. Hier ist ne gute Quelle. Was? Auf mich doch nicht, oder? Hier komm' mit. Lass' einfach weiter. Ja. Egal. Ich angele weiter. Ich brauch' Schlürfische. Hier ist vor mir ist ein Gegner. Der ist maximal lost, aber mein Aim ist lost da. Jakob, wo bist du? Brauchst du Hilfe? Okay, du redest uns perfekt. Hoffentlich kein Disconnect. Gut. 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 Ich hab' kein Schild mehr. Ach, Digga. Der ist so weit weg bei Francis' Farm. Digga, ist so nötig. Sorry. Und jetzt hat er Party verlassen. Hatt' ich mir nämlich gedacht. Digga, ich hab' dich die ganze Zeit auch nicht mehr gehört. sorry hallo jacob hallo jacob hörst du mich perfekt am besten auf den zweiten disconnect hinterher ich kann hier gar nicht lang ich kann hier gar nicht lang oder doch der hier geht der fluss der geht ich will nicht so weiter fahr sterbe ich daran ich will nicht so weiter fahr sterbe ich daran fahrer ich kann hier weitermachen und mir geht es super aufpassen und nein Schnellbeisten in die Yippie Was soll ich dazu sagen Digga? Was kann ich halt nur können? Warum? Hallo? Ja. Ne. Ich habe eben ein gesnitelt, hast du den gesehen? Eigentlich könntest du noch angeln, aber... Ja. Da läuft gerade ein Spasti. Ja. Kommst du? Vor uns ist ein Gegner. Ja. Hier muss ich selber holen. Was? Nein. Ja. Ja. Hier. Ja. Ja. Ich wusste halt nicht von einem Blut, was geangelt war, also habe ich nichts genommen. Hier ist ein Baggi noch. Hier sind zwei Leute. Oh, das ist wieder so einer, dass man gegen solche Leute spielt. Das versteht man einfach nicht. Europas beste Spieler der Welt kann man wieder spielen oder was? Ja. 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 7 kills. Hey, der hat dich gar nicht mit einer normalen Pump holt. Mit der anderen, oder nicht? Ich gehe ihm essen, ne? Vielen Dank.